Und damit geht's hier weiter. Im Ödland des Commonwealths. Gut, ähm, die Burg. Da wollen wir doch jetzt erstmal wieder hin zurück, denn, ja, was habe ich vor? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich frage mich immer noch, warum das Ding hier gelb ist. Aber was ich jetzt noch gehört habe, ich habe zu wenig Essen. Das Problem ist, ich habe bereits... Was machen die denn jetzt hier? Ha, verstehe ich nicht so recht. Gut. Hm, ich habe leider, leider, leider ein bisschen zu viel Zeug gebaut. Wir haben reden erfahren, dass eine Siedlung in Schwierigkeiten steckt. Wenn jemand in der Nähe ist, dann helft bitte. Ernsthaft? Some other place? Ernsthaft? Jetzt? Das darf nicht wahr sein. Power-Force. Habe ich die andere, habe ich die dicke Power-Force schon mitgenommen? Ah ne, die ist ja drüben, in dem anderen. Power-Force, rasend. Da wir ja jetzt nämlich Level 39 sind, können wir auch mal ein bisschen härtere Geschütze auffahren. Ich wünschte, mehr Leute könnten das sehen. Würde sie daran erinnern, wenn das wirklich wichtig ist? Ups, Alter. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir bauen das Ding hier jetzt endgültig mal ab. Bringt ja nichts. Pass da draußen auf euch auf, Leute. Es führt ja einfach zu nichts. Vom Ding brauchen wir es auch nicht mehr. So. Wupp. Kabum. Und damit können wir jetzt auch theoretisch wieder mehr Essen anbauen. Und mehr Schutz. Wäre auch mal schön. Und das letzte Mal war von... Ne, von hier kam kein Angriff. Von da drüben kam einer. Es kann nichts mehr gebaut werden. Schneid dir nichts ab, was du nachher vermisst. Niemals. Ach, dafür brauche ich Schmied. Okay. Na, da ist der Schaden aber auch nicht mehr so hoch. Also, lassen wir mal so. Sturmgewehr. Power-Pow-Faust. Gatling-Laser. Jetzt. Oh, Wissenschaft 4, ernsthaft. Stimmt, das hatte ich aber schon mal nachgesehen. Verdammt. Also, das auch nicht. Also, das auch nicht. Hm. Okay. Sehr schön. Nein, nein, nein. Keine Mündungsbremse. Oh yeah. Schön. Ah, ne. Ne, ne, ne. Hm. Lassen wir mal so. Gut. Zumindest eine Waffe konnten wir jetzt verbessern. Ach, umbenennen geht ja auch noch. Genau. Warum war die Powerfaust da? T... Ah, TTT. Das ist... Fisti... ...die... ...Powerfaust. Aber sie sind echt gut fürs Geschäft. Enter. Fisti die Powerfaust. Wunderbar. Gut. Was wollte ich denn jetzt nochmal... Ach, ich wollte eigentlich nochmal die ganzen Powerarmor durchgehen, aber das... Mh... Ne, nicht jetzt, nicht jetzt. Ansonsten Sanctuary... Ja... Ja... ... ... ... ... ... ... 39. Wenn du noch nicht im Greygarden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Hey, wie sieht der Plan aus? Nick, hey, darf ich dich mal was fragen? Nein. Klar. Es ist nur all das, was dir und... Das hatten wir doch schon. Oder? Ich wollte nur sicher gehen, dass du es packst. Ja, ja, mein Gott, geh mir jetzt nicht auf den Sack damit. Hey, ich höre dir aufmerksam zu. Ich will, dass du aus der Powerarmor mal rausgehst. Ah, willst du aber nicht, okay. Dann mal geschaut. Was brauchen wir denn hier? Essen vor allem. Viel, viel Essen. Ich weiß, eigentlich wollte ich das hier außerhalb der Aufnahme Zeit machen, aber es bietet sich gerade einfach an. Was hast du für jetzt reichen? Oh, wir haben kein Wasser. Oh, wir haben kein Wasser. Gut, hier willst du nichts mehr hinpassen. Dann eben direkt neben das Haus. Sehr schön. Okay, what the fuck. Das kann man da echt so hinsetzen. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Nee, nee, nee. Ich bin noch nicht ganz überzeugt. Ich bin wirklich noch nicht ganz überzeugt. Ja, hier oben aufs Dach brauche ich es auch nicht setzen. Hier würde es mir gefallen, aber das... Ah, nee. Nee, zu groß, zu groß. Einfach zu groß. Erstmal da hin. Wir können es ja, glaube ich... Ja, wir können es ja immer noch versetzen. Also, easy. Ich war eine ziemliche Abenteurerin, als ich jung war. Ja, das ist ja schön. So haben wir noch nicht mehr mit. Okay, was haben wir denn als nächstes noch für Quests übrig? Na, was sollen wir das mal eben noch machen? Menschheit neu diskutiert... äh, neu definiert. Verdeckt im Untergrund. Arbeite weiterhin mit Vater zusammen. Sprich, mit Bobby. Wer ist denn Bobby? Komm, machen wir das mal. Aber vorher gehen wir nochmal zum Somerville Place. Die haben ja immer irgendwelche Probleme, die blöden Säcke. Da setze ich jetzt einfach mal eine... Ich weiß nicht. Habe ich genügend Zeug dabei? Um da einfach mal ein Geschütz hinzusetzen. Damit die mal Ruhe geben. Nein, natürlich nicht. Raider machen mir keine Angst. Hallo? Haben die Minutemen dich geschickt? Ja, immer noch. Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was ist los? Es gibt eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie... Keine Sorge. Keine Sorge. Ich kümmere mich für euch um diese Raider. Das hoffe ich. Wir wussten nicht, was wir tun sollen. Nuka-Cola-Jägermeister. Jetzt habe ich natürlich wieder keine... Ich brauche dafür eine hundertprozentige Powerarmor. Dafür sind die Dinger zu weit im Süden. Je weiter man nach Süden... Also, man darf sich das so vorstellen, je weiter man sich von der Vault 111 entfernt, desto härter werden eben auch die Gegner. Ist ja verständlich in dem Sinne. Wo habe ich denn? Wo habe ich denn? Wo habe ich denn? Wo habe ich denn? Wo bin ich denn? Wo habe ich denn? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Achja... Mal schauen, ob wir die Leute im Quincysteinbruch auch noch erledigen können. Und dann geht's in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter mit äh... Bobby... hieß er? Keine Ahnung, was das für eine Quest sein soll. Aber es ist sogar zu Sonstiges. Da kann man, glaube ich, hinterher sogar noch einen Erfolg für kriegen. Oh, jetzt geht's ab. Oh ja, jetzt geht's ab. Da draußen ist Kaffee. Ja, im Moment. Das ist ja nicht die, die wir verbessert haben. 103. Nee, wir benutzen ja momentan das Sturmgewehr. Oh. Hui. Oh. Nicht schlecht. Die gefällt mir auf jeden Fall. Na, nee, nee, nee. Le Fluid. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich krieg's sowieso nicht hin. Also, was soll's. Hm, ich hoffe doch mal. Oh, die Waffe ist echt super. Oh, den haben wir letztes Mal vergessen. Einfach mal öffnen. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Tja. Nee, die Raider sind ja noch nicht tot. Ach, komm schon. Ach, komm. Ich hab dich nicht mehr verletzt. Ja, tut mir leid. Powerrüstung. Da bleibt einem die Unsterblichkeit so gut wie erfüllt. Sterben bleibt einem verwehrt. Oh. Na, wer wirft denn hier Granaten auf mich? Wer wagt das denn? Oh, jetzt kommt das Feuerwerk! Niemand? Doch, 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 doch. Da sind doch nur Leute. Ach, da unten? Schön. Das war ja schon wieder eine einfache Nummer. Was sind denn alle? Arbeiten sie schon wieder? Ja, richtig so. Hast du dich schon um diese Raider kümmern können? Ja. Ich hab diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Sehr schade. Wo finden wir jetzt Bobby? Bobby ist in Good Neighbor. Good Neighbor. Das schlimmste Loch im Commonwealth. Alles, was nicht Nied und Nagell ist. Hey, du. Suchst du Arbeit? Ja. Wann kann ich anfangen? Ha. Da ist aber jemand eifrig. Natürlich. Wenn dir etwas körperliche Arbeit nichts ausmacht und du nicht zu viele Fragen stellst, bist du dabei. Ich geb dir 50 Kronkorken, wenn du den Job annimmst. Interesse? Ich brauche schon etwas mehr Informationen. Ich arbeite an einem Projekt. Einem sehr großen. Wenn die falsche Person davon erfährt, könnte es mich in ernste Schwierigkeiten bringen. Es ist also etwas Diskretion gefragt. Ich hab hier ein wackeliges Kartenhaus aufgebaut. Verstehst du? Bin dabei. Genau das wollte ich hören. Gehen wir rein. Ich erzähl dir, wo es geht. Gott, der große Graben. Nee, das große Graben. Nicht der große Graben. Der große Graben war ein Asterix und Obelix-Comic. Bereit an die Arbeit zu gehen? Was machen wir denn? Verstehst du mir jetzt, was wir eigentlich machen? Wir ziehen einen Job durch. Fette Beute. Holen uns ein paar Sachen, die rein technisch gesehen noch nicht uns gehören. Das war's. Wenn du willst, dass ich für dich arbeite, dann brauche ich mehr als das. Hm. Neugierig war's. Okay, ich erklär's dir. Du wirst ein bisschen graben. Graben, graben, graben. Ich werde machen, was immer du willst. Gut zu wissen. Oh. Die anderen beiden sind schon da unten und graben. Hilf ihnen ein bisschen, okay? So lange du das Zeug trägst. Ich weiß es nicht. Wirkt langsam wie eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Hast du was geblieben? Nein, alles voller Meierlösen. Scheiße. Na komm, stirb doch. Wir gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Mistviecher. Hmm. Und nun? Stehe ich hier. Was ist in meinem Tunnel los? Der Raum war voller Meierlöks. Immerhin hast du dich besser geschlagen als diese Nichtsnutzer. Tja. Und du bist geblieben. Schätze also, dass du befördert wurdest. Du bist jetzt mein neuer Waffenexperte. Ich glaube, wir brauchen nur noch einen Typen. Ist ein alter Freund. Er wird einen ordentlichen Anteil wollen. Aber wir haben ja gesehen, wo das hinführt, wenn ich beim Personal spare. Sag mir einfach, wo ich hin muss und mit wem ich reden soll. Ich wusste, du würdest mir gefallen. Zuerst solltest du aber sehen, auf was wir eigentlich aus sind. Ich muss ein paar Dinge in Diamond City erledigen. Geh rüber zum Nudelladen dort. Wir treffen uns da, wenn ich fertig bin. Okay, dann auf eine Diamond City. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Okay.